Herzlich Willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen. Und zwar von einem Ort, von dem aus man die gesamte prunkvolle Barockanlage unseres Hausherrn François-Eugène de Savoy, Piedmont-Carignan-Saint-Saint, Prinz Eugène von Savoyen, überblicken kann. Die Grand Escalier nach dem Vorbild des Schlosses Versailles, da wo Prinz Eugène von Savoyen groß geworden ist, wo er aufwuchs. Die Festtreppenanlage verbindet verschiedene Räume, ist vor allem aber auch jener Ort, an dem die offiziellen Gäste Prinz Eugène von Savoyen zuallererst einmal hereinkamen. Aus dem Südosten der Anlage, am großen künstlichen Teich, vorbeifahrend mit ihren Kutschen, konnten sie direkt in das Gebäude mit den Pferden und ihrem Fahrzeug hereinfahren. Die Rampe führte ursprünglich direkt in die Grand Escalier herein und dann der Weg hinauf in den absoluten Festsaal, in das Herz des oberen Belvedere, der sogenannte Marmorsaal, der im 18. Jahrhundert lediglich als der große Saal bezeichnet wurde. Nun, das erste, womit die offiziellen Gäste des Hauses Habsburg, die in die Privathäuser Prinz Eugène von Savoyen kommen, um bei ihm Audienz zu genießen, das erste, was die offiziellen Gäste zu sehen bekommen, ist jener Raum, der wie alle anderen auch ausgeschmückt und dekoriert werden im Sinne der großen Erzählung. Zwei Stucculus-Reliefs an den beiden Seitenfronten. Zu dieser programmatischen Erzählung dazugehörend befand sich an der Decke eine Rosette. Diese ist leider im Zuge der beiden Weltkriege zerstört worden. Aber die Erzählung der beiden Stucculus-Reliefs, links und rechts an den Wänden der Grand Escalier, sind wie ein Comicstrip, wie ein Aneinanderreihen von zwei Filmstils zu verstehen. Auf der einen Seite eine hochdramatische Szene. Der erfolgreichste Feldherr der Antike, Alexander der Große, mit gerechtem Schwert als absolut siegreicher auf dem Rücken seines hochrepräsentativen Pferdes. Ganz in der Erzählart der barocken Dramatik. Theatrale Zuspitzung, ein Bühnengeschehen. Vor ihm ein sterbender König. Der Perser König Tavrus, der gestützt von seinen Soldaten, just in diesem Augenblick sein Leben aushaucht. Die inhaltlich mindestens so spannende und interessante Szene befindet sich aber genau gegenüber dieser kriegerischen Auseinandersetzung, die hier wie in einem gefrorenen Bild eines Filmes erlebbar gemacht ist. Auf der gegenüberliegenden Seite Alexander der Große, bereits vom Rücken seines hochrepräsentativen Pferdes herabgestiegen, in huldvoller Geste, ganz im Duktus der barocken Kunst und vor ihm eine Schar von Frauen und Mädchen. Es handelt sich um die Ehefrauen und Töchter des gerade Verstorbenen, weil von Alexander dem Großen getöteten Perser Königs Tavrus oder Darius. Und sie legen Alexander dem Großen den gesamten Kronschatz, die Juwelen, die Preziosen, Schmuck, Geschmeide und die Krone des Königs zu Füßen. Nun, ganz leicht lässt sich diese Szene, diese aufgeladene, emotionalisierende interpretieren. Was sie fürchten, zu Recht, wie in kriegerischen Auseinandersetzungen unserer Tage auch, müssen vor allem die Frauen fürchten, vom Siegreichen gedemütigt zu werden. Alexander der Große hingegen Beweist hultvoll fürstentugend, indem er die Ehefrauen und Töchter des König Tavrus nicht nur schont, er wird letztendlich eine die Ehefrauen seines Gegners ehelichen. Er beweist fürstentugend jene Botschaft, die Prinz Eugen von Savoyen jedem entgegenbringt, der dieses Haus mit seiner Kutsche befährt und seine Grandes Cahiers betritt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in den Häusern der Österreichischen Galerie Belvedere.